Hi! Grüßt euch! Mein Name ist Rainer Hofmann, ich bin 41 Jahre alt, ich bin ein super Fan von der TSG 1899 Hoffenheim und ich mache gerne Musik, spiele gerne Gitarre und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt hier auf YouTube mal einen kleinen Videoblog und werde jeden Tag so einen kleinen Song hier hochladen und ich hoffe, ein paar von euch gucken euch das an und geben euch das, und geben sich das und mal sehen, vielleicht werde ich ja auch ein Star. Deutschland sucht den Superstar, ach nee Quatsch. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr meine Videos anguckt auf YouTube. Ich grüße alle, die mich kennen, die mich mögen, die mich lieben und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei meinem Videoblog auf YouTube. Euer Rainer Vielen Dank!